Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Red hat mir gerade reingelabert und ich habe gesehen, dass in den letzten paar Folgen das Spiel, mein Spiel ein bisschen leise war. Ich habe es zwar ein bisschen lauter, wieso habe ich kein Spielsaus? Alter, mein Sound ist komplett am ausrasten. Mein Gott, was ist denn los? Jetzt glaube ich, der Sound war bei euch ein bisschen lauter. Aber ich habe jetzt irgendwie einfach keinen Sound mehr in den Raft. Leute, ich habe heute ein bisschen Probleme mit meinem Sound. Ich weiß nicht, wieso. Du hast immer Probleme mit deinem PC, Digga. Aber nicht mit meinem Sound normalerweise. Billig China-Scheiß. Ja, weiß ich nicht, Digga. Na, höre mal. Na, höre mal. Oh, hier ist das Loch, wo damals Banu reingefallen ist. Da muss ich so lachen. Oh, ein neuer Schrotthaken war da drin in der Küste. Also Szene muss ich eigentlich mal hier einblenden an der Stelle. Achso, ist ja nicht mein Video. Aber ich schneide die Szene raus aus dem Video nochmal. Also, ich lade mir das nochmal runter, schneide die Szene da raus und schicke dir die Szene über WhatsApp-Mining, dass du die da einfügen kannst. Ja, musst du aber gleich noch machen, weil ich muss noch schneiden. Ja, ich weiß, die Szene, die war es voll schneiden. Die Szene, ja. Lass stehen, du Amateur. Ah, oh Gott. Manu, sag mal runtergefallen. Ne, Niel ist runtergefallen. Haha, ich habe mich versteckt. Was? Nein! Ja! Oh, ne Kiste, cool. Ja, und ich höre gar nichts. Hä, wieso? Alter, Leute, naja, egal. Ihr habt Sound, das ist die Hauptsache. Und ich kann leider euer Sound jetzt gerade nicht so gut kontrollieren. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser als jetzt irgendwie immer. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Hilfe! Hey, der Hai hat hier unser Netz weggefressen und so ein bisschen, ne? Unser... Echt jetzt? Ja, der Netz. Der hat hier... 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 Endlich werde ich nicht mehr gesparen. Wolfi, hör auf mich zu schlagen. Ja, Wolfi, schlag ihn. Also, ich höre mich gar nicht, ne? Ja, ja. Ich müsste das eigentlich so einrichten, dass man... Dass Wolfi noch ein zweites Verkopf verrat, um dich zu hören. Oder Mikrofon. Aber da müsste ich so einrichten, dass ich... Ja, Mikrofon, wenn sie einfach spricht, dann hört man sie. Ja, das stimmt. Aber die Sache ist halt so, ich müsste halt dafür, dass man sie hört und mich, äh, dass man sie was hört und ich auch was höre, müsste ich halt richtig dumm so einen, äh, mit Kabelkopfhörern was machen und nicht mit meinem Headset so, weil mein Headset per USB theoretisch angeschlossen ist, wenn es kein Akku mehr hat und so. Aber hast du kein Bluetooth-Headset? Ja, doch, hab ich ja. Ach so. Aber man kann ja nicht mehr ihre Ausgabequellen festlegen. Ja, stimmt. Bist du dumm? Ja, aber gibt's ja nicht auch so ein Mixer-Tool oder so? Gibt's doch bestimmt. Ja, bestimmt. Aber da ist wieder die Sound-Puddy-Wiebel-Scheiße und da hab ich auch keinen Bock drauf. Oh, Manu spielt. Wollen wir da reinladen? Aber, aber, nein, 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 Manu und Nieder spielen die ganze Zeit. Ich hab irgendwie die Vermutung, dass sie jetzt in die Welt joinen. Wobei, nee, die hat Passwort, die hat Passwort, die hab ich doch damals Passwort hin gemacht. Stimmt, die können ja gar nicht joinen. Ja, solche Opfer. Ich, ich, ich kann, ich trau denen, dass du, Digga, dass die einfach joinen und uns abkommt. Es wär so funny. Wird ich kommen zu rück von der Insel? Ich hab einfach alles weg. Okay, was brauchen wir eigentlich eines? Wir brauchen einen Teil eines Ladegeräts oder einer Seilrutsche. Nee, wir haben noch drei Seilrutsche. Wir haben noch drei Seilrutsche. Wir haben von beiden drei Teilen. Ja, ich bin grad hier oben, Marta. Boah, Seilrutschen-Tool. Jetzt können wir Seilrutschen fahren. Oh, geil. Seilrutschen-Werkzeug. Oh, ah, ah. Oh, mein Gott. Das haben wir ins Inventar bekommen und nicht in direkt ausgerüstet. Und ich springe nachher so an seine Seilrutsche ran, will so eh drücken, um so zu rutschen. Und dann falle ich so über die tief runter. Geil. Geil, ey. Seilrutschen-Tool. Okay. Was ist die nächste Challenge, die wir noch haben hier zu machen? Wir müssen noch diese Ladegerät-Teile irgendwo abliefern für irgendwas. Aber wo? Weiß ich nicht. Weiß ich auch in diesem Turm? Na ja, da bin ich da eben. Aber nee, Wartner, wir haben doch noch einen Schlüssel für irgendwas. Wir haben noch einen Schlüssel und wir haben jetzt noch mehrere Schlüsse rutschen, die wir rutschen können. Um dort noch was zu erkunden. Komm auf die Insel. Ah ja, wir haben einen Schlüssel zur Krankenstation. Wir müssen eine Krankenstation finden. Komm, komm, auf den Turm. Ja, bin ich. Also ganz oben. War doch nicht. War ja ganz oben. Ganz oben. Ja, ich sehe dich. Hallo, warte mal gut, bitte. Hallo, ein von Ihnen. Ah, nein, Digger. Der war geil. Ah, dann drüben ist ja die Krankenstation wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich bin fast tot, weil ich kann die da hinten. Ich habe sie gefunden. Aber warte mal, ich kenne den Back wie ich da hoch. Ja, die komme ich nicht hoch. Iha. Oh Gott, also ich habe das runtergefallen. Du solltest warten auf mich. Ich habe die Krankenstation gestellt. Oh, das sind Schweine. Hm, können wir die jetzt? Oh, mein Gott. Können wir die jetzt zu uns aufs Schiff nehmen? Was meinetwegen noch nicht weiß, dass die Schweine uns angreifen und nicht freundlich sind. Ah, okay, dann in dem Fall nicht. Aber wir sind die asoziale Schweine. Du glaubst nicht alle so. Ja, ich bin gut, glaube ich. Nicht immer gut. Hallo, hallo. Komm, komm mal mit. Wirst du auch beteiligt? Die nehmen wir mit. Oh, cool. Das sind noch mal Bienen. Oh yeah. Hi, Schweine. Na? Oh, ihr habt Angst, ne? Aber wieso habt ihr, Alter, ihr seht ein bisschen böse aus. Oh Gott, Alter. Die sind wirklich böse. Oh mein Gott. Hä? Was hast du, hab ich schaue? Ich bin fast gut. Ah ja, guck mal, die können die Treppe nicht hoch. So, die Opfer, was können die eigentlich? Oh, der riecht ein bisschen streng, scheinbar. Guck mal, da kommt noch mal. Oh, nee. Komm her, du Wichser. Komm mal her. Alter, ist fast die Klippe runtergefallen. Mach aus dir Steak. Oh, Alter. Ah, outplayed. Oh, oh. Ah, die Scheuern. Die machen so krass Schaden, ey. Was ist mit denen? Ich bin fast rot. Hilfe. Oh Gott, ich bin damit nicht schroben. Wir sollten einfach nicht beigesterben. Das ist das. Oh, scheiße. Ich bin über den Zaun gesprungen. Das bin ich hier. Oh, scheiße. Oh, nein, bitte nicht. Oh, Gott. Das hat so richtig komisch gewartet. Komm mal her, du. Das ist halt ein Schwein, ne? Das ist backt. Ha, ha, ha. Oh, Gott. Sein Bruder. Hilfe. Hä? Oh, mein Gott, sein Bruder. Der hat richtig reingefickt. Hat das nicht so lustig, glaube ich. Nee, kann nicht verstehen, irgendwie. Oh, scheiße. Ja, aber sein Bruder ist ja richtig am ausrasten hier. Also, ganz ehrlich, er kann auch nicht so kommen. Nur weil er sein Bruder töte, muss man nicht gleich so ausrasten. Riga, ich habe mich übel erschreckt. Gib dir nur Leder. Nimm dir kein Fleisch. Geben wir keinen Schweinschnitzel machen? Ja, wollen wir noch nicht essen? Ich esse dieses Fleisch. Nicht? Nee, gut, die sehen ein bisschen abgeranzt aus, ne? Nee, wieso warst du gegen den Stein? Was ist mit dir? Oh Gott, er kann auf den Stein. Wie weit er dich weggeschossen hat. Nein, wieso mich? Nicht nur mich. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Millimeter Leben. Oh mein Gott. Bitte zurette. Aber nicht mich. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Ich bin fast runtergefallen. Hey, es ist hier. Kann man Honig einfach so essen? Guck mal auf der Krankenstation. Wirklich, ey. Wir müssen wirklich zur Krankenstation jetzt. Mal gucken, was hier ist. Hier in den Kerzen. Oh mein Gott, da ist hier noch ein Abgrund. Alter. Oh, was ist das denn? Bürgermeister Schlüssel. Oh, ich habe Heilsalbe. Ja, den Bürgermeister, die ich weiß, wo der ist. Ich habe Heilsalbe gefunden. Und, oh mein Gott. Heilsalbe. Ich habe ein Rezept für, warte. Barbecue. Oh yeah. Das ist geil. Oh yeah, es wird Zeit für Barbecue. Schäke Boun. Mein Inventar ist da ja voll. Lol. Lund. Das ist nichts mehr perfekt. Hey, was müssen wir hier irgendwie was machen, ne? Hier ist noch mehr Heilsalbe. Heilsalbe. Noch mehr Heilsalbe. Ich habe dreimal Heilsalbe. Hä, aber wir müssen doch hier jetzt irgendwas machen. Ah, ich habe verschiedene Heilsalbe. Linder, Schmerzen und Wunden. Wenn ich hier jetzt nehme, heilt die mich dann? Müsst ihr längst Sinn machen, ne? Oh, ich bin aber wieder voll. Fingri. Ah ja, okay, geil, danke. Heiler war links getrunken. Ö, wie du meine, so war so orange. Ja, ja. Ah, hier ist noch ein neues. Also ja, jetzt haben wir wieder nicht. Das ist so komisch ohne Sound. Hey, hörst du Raft dich? Nee. Ja, nur Discord. Nee. Spielst aber ohne Ton. Ja. Guck mal, wir können wieder in der Seilrutsche fahren. Wo ist das Bürgermeisterhaus? Das ist das, wo Major drüber steht. Der Major? Der Major. Oh, ich bin falsch gefahren. Scheiße. Und wie bist du da hier hingekommen schon? Ich bin nicht hingekommen. Ich habe es aber gesehen, dass es da drüben ist. Oh, hier ist ein Zylinder. Ein Zylinder. Oh mein Gott, ich habe ein Zylinder. Das wäre so ein Manual-Ans-Outfit, oder? Oh, Ladegerät. Oder mehr Neil. Was? Wäre so ein Zylinder, würde der mehr zu Manu oder zu Neil passen? Ja, hatte ich damals schon. Achso. Oh, ich habe was gefunden. Ein Kontrollpunkt. Oh, eine neue Notiz, mein King. Oh mein Gott, Tangaroa, wir haben eine neue Zahl. Auf geht's zum Schiff. Haben wir, also haben wir eigentlich... Die Sache ist, wir könnten hier noch... Hilfe. Oh Gott, Alter. Hä, wieso komme ich nicht rüber hier? Ja, du kannst die nicht hochfahren, Junge. Die geht nicht hoch. Du fährst gerade, versuchst gerade, eine Seilrutsche hochzufahren. Achso, oh. Aber du kannst, guck mal, was du machen kannst. Schau mal. Oh. Du kannst das theoretisch glitchen, indem du halt so immer drückst und spammst. Guckst, so hier so. Aua. 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 Tote. Ich gehe mal auf unser RAV. Aua, mein Auge. Und mein King. Ja. Wir haben, ja, die Kinder können, wir können doch den Metalldetektor lernen, mit dem wir Dinge finden können hier, wie heißt das Titate? Genau, Dinge in Zirn. Das können wir ja nicht machen, weil wir kein Plastik haben. Und jetzt fahren wir einfach weiter und, ja. Ich soll mir mal noch eine Schaufel, Gott, tut mir leid. Ich soll mir mal noch eine Schaufel kaufen. In der Chest. Komm mal, es bringt mir hier leider nichts. Ich erforsche mal, ja. Ich will noch kurz hier den letzten. Parowan. Parowan. Hey, hi, geh mal weg. Das ist nicht nötig. Tschüss. Oh, rein, Gott. 10.000. Ah! Okay. Ich kann halt noch mehr rum, wir haben 20 Scharniere, lol. Ich brauche mal eine größere Kiste, habe ich das Gefühl. Das haben wir schon immer gesagt. Ich kann nichts mehr platzieren, da drin. Ich brauche eine größere, sondern einfach mehr Kisten. Ich klatsche jetzt einfach alles rein. Da kommt jetzt alles rein. Ey, wir haben viel Plastik. Ey, die ist rot. Ey, die haben ja schon zwei Rüben gefressen. Was soll denn der Scheiß? Michael, komm mal hoch. Ja, warte kurz. Wo haben wir Honig? Ach so, das haben wir oben. Nee, Honig ist unten in der Kiste. In welcher Kiste dann? Ja, unten in der über dem... Ach so, beim Essen. Ach so, Honigwaben oder was meinst du? Honigwaben, ja. Honigwaben sind in der Samenkiste. So kompliziert. Wo kommen die Baupläne hin? In den Mülleimer. Ah, tschuldig. Zu mir. Lecker. Nicht rein. Bring er die Möwe um. Ne, nur hinzu. Feel free. Wo machen wir die Halle? Hab ich sie wieder umgebracht? Jetzt hab ich zwei Möwe umgebracht schon. Nicht so ein Mörder. Hab ich schon die zweite Möwe geknallt hier, ey. Nein. Die hat weggeknallt. Ach so. Ach so. Was sagt Wolfi dazu? Fick sie ja das im Spiel. Was spielt sie? Weiß ich nicht. Die juckt auch nicht. Boah, ich hab explizives Pulver. Wo wolle ich das denn jetzt? Ja, weil ich das in die Schmelze bin. Also aus der Schmelze, ja. So anstrengend. Wir haben ja auch keine Tonschale, ne? Ja, weil wir auch kein Ton haben. Was denn? Nichts. Nichts. Ich bin kein Hohn. Okay. Ne, gleich dein Hund noch, möchte ich wissen. Ja. Dem geht's brennen. Brennen? Brennen. Komm jetzt. Junge, du solltest hier hoch. Ach so, stimmt ja. Ich bin nicht mal oben. Lol. Wieso sind unsere Blumen weg? Die sind neu angepflanzt worden. Aber warum? Weil sie, Digger. So, Maiken, jetzt. Alter, der mehr richtig Massenfahrung, ne? 65926. Echt, sonst sind Zylinder an? Ja, eben. Wir müssen nur 1900 Meter. Erst wenig, haben wir gleich zu anderen. Komm, wir legen mal hier ab und fahren wir jetzt in die andere Richtung los. Ich hab keinen Bock mehr hier, scheiß Caravan und mit diesem blöden Kugel. Aber wer hat die Arten der Scheiße? Dafür brauchen wir jetzt in die andere Richtung. Was brauchen wir? Nichts. Ey, wir haben ja noch richtig viel Biokraft. Bist du gerade runtergefallen? Wir brauchen Plastik. Hast du irgendwas mit dem Plastik schon gemacht? Alter, wir haben schon mega viel Biokraft. Mit Stoff. Was? Hast du irgendwas mit Plastik gerade gemacht? Äh, ich hab das Floß ein bisschen repariert, aber sonst nichts. Also ich hab halt die Netze wieder geschützt. Achso. Weil die offen waren zum Teil, dachte ich vielleicht nicht so schlau. Ich mach mal mehr Kisten. Es ist so weird, ein Spiel zu spielen ohne Sounds. Das glaubt ihr mir gar nicht. Weil ich weiß jetzt nicht, ob es für euch total laut ist oder nicht. Ich glaube, es geht unklar. Hoffe ich mal. Und sonst tut's mir leid. Fehler sind menschlich. Ja, und ich mach halt viele Fehler. Aber du bist auch mein King. Ja. So, guck mal, wir haben jetzt noch mehr Kisten. Tunen wir mal den Schrott in der eigenen Kiste. Das kotzt mich an, dass es alles voll ist. Achso, ich hab ja noch eine Kiste. Ich hab ja noch alles. Ich hab ja noch eine Schrottkiste. Hier kommt sowas rein und sowas. Sowas aber auch. So, so, so. Alter, ich bin heute richtig viel Auto gefahren. Okay. Und, hast du es überlebt? Und dein Fahrlehrer? Ey, alle leben noch. Bei der Halle war ich einfach mit den Eltern halt so unterwegs, nicht mit dem Fahrlehrer. Da muss ich morgen durch die Stadt fahren, also holy shit. Das erste Mal, wo ich so ein bisschen in die Stadtliche gehe. Also, Leute, wenn ihr in der Schweiz wohnt, haltet euch nicht in irgendwelchen Städten auf. Bitte alle, alle zuhause bleiben. Nicht in Bern rumfahren, ne? Vor allem wenn Mike hier ist der Junge, das ist nochmal ein ganz... Also, das ist ganz tödlich. Also, dann überleben Chancen gleich. Oh, da hat schon wieder was gegessen. Aber wo kommst du eigentlich aus der Schweiz? Das würde mich jetzt auch mal so interessieren. Ja, in der Nähe von Bern halt wirklich, von dem Hauptstadt, von dem Hauptstadt, Alter. Von dem Hauptstadt, Dicker. Ja, Mann. Das ist... Ich bin einfach sowas. IH... Westschweiz halt, IH, ja. Zwar, IH, bisschen zentraler. Naja, egal. Ich habe gerade aufgefüllt, Red, als... Als... So Bello, Alter. Unsere Sammelnetze sind wieder richtig am ausrasten, Alter. Also, ich... Haben gleich keine Probleme mehr. Ja, wir fahren auch gerade auf der Insel zu, das ist sehr gut, weil da können wir... Ach, der Gewerr, ich hast hier oben in die Blumen reingemacht. Ähm, da können wir nämlich... Ja, vielleicht eh. Okay. Oh, mein Gott, wir haben eine neue Reihe. Oh, das ist ja geil. Oh, wir brauchen hier so viele Palette, Alter. Oh, Gott. Irgendwo wollte ich eine Kiste entlassen. Oh, eigentlich eine eigene Kiste für den Schrott, Alter. Finally. Die war wichtig, Junge. Ja, wirklich. Ich glaube, ich kann doch... Ja, wir sind ein Wolken jetzt. Oh, wer hat sich den Fuß an meinem Stuhl eingehauen? Ja, was kann sie eigentlich? Wer ist du? Weiß ich nicht. Halt mal die Motoren an. Okay, let's go. Du sagst mir, halt die Motoren an, du machst es einfach selber. Ja, weil du wieder nichts machst, ne? Ich hatte ja irgendwie 0,1 Sekunde Zeit zum Reagieren. Was willst du denn High, um das Mensch mal tauchen für Miking? Ich bin kotzt in High, um das... Yo, er hat aber Speedtech. Hier können wir nämlich tauchen gehen. Das B-Tech. Du hast in ihren Meilen. Und jetzt gut. Tauchen gehen. Das ist halt so easy, ja. Ohne Probleme, der Typ. Ach, du hast ja meine Tauchflasche gestohlen, ne? Ne, die ist wegkürst du. Ah, geil. Aber fast tot, naja, egal. Man nimmt, was man kriegt. Ne, ich hab noch Eistee hier. Hä, was war das denn schon wieder für ein Satz, Alter? Ja, Wolf, ich hab... Man nimmt, was man kriegt. Ne, ich hab noch Eistee hier. Welcher Seite bist du jetzt? Die Reste, die du aufs Arbeiten nicht ausgetrunken hast. Ich will nicht asozial, ey. Ja, irgendwie ist ja noch nicht ein... Er... 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 Waren wir hier schon? Die Insel schon abgelootet. Wahrscheinlich. Ja, die lösen hier schon gewesen, weil ich finde nix. Ja, stimmt nicht mal. Ach Gott, auf der Insel ist nicht mehr ein Baum. Die sind überhaupt angehalten. Ach Gott, Alter. Ich hab mich weit weg. Ich bin. Aua. Es ist auch schon später am Abend, Leute. Bis wir uns wieder ausreden, Mann. Scheiße. Ja, aber weißt du was? Das trifft sich gerade ganz gut, Leute. Währenddessen ich hier zurückpaddle und red auch mit unserem... Keine Ahnung, Axel Lodl-Arm, Alter. Dann, ähm... Sag ich hier Ciao und auf Wiedersehen, Leute. Das war richtig weird, Alter. Schaut unbedingt in die Playlist. Ja, wirklich. Schaut unbedingt in die Playlist. Da findet ihr jedes Video zu Raft. Zumindest zu dieser Staffel. Dann, äh... Schaut bei Red vorbei. Da kommt das nächste Video. Und... Ja, abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. 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 Vielen Dank.